Willkommen zu einem kleinen Übergangsvideo. Ich habe für die Zukunft etwas anderes geplant. Das ist jetzt das letzte Jump'n'Run, was jetzt kommt. Und zwar spiele ich jetzt erstmal Ant-Man 2. Es ist ein ziemlich kurzes Spiel. Ich werde es innerhalb von einer Aufnahme durchziehen. Ich habe für die Zukunft ein größeres Projekt geplant. Und zwar möchte ich auf Medi-Evil 2 umsteigen. Das werden dann auch dementsprechend längere Folgen, weil Medi-Evil 2 ist einfach ein viel größeres Game. Medi-Evil 2 Total War. Leuten, die die Total War Reihe etwas sagt, weiß, dass so ein Total War Projekt ziemlich lange dauern kann. Und zwar werde ich die mit der Mod Europa-Barbaro-Rum 2 anfangen. Und immer weiter mit den Mods, äh, verschiedene Mods zeigen. Nicht nur zeigen, sondern auch Let's Playen. Ich werde die Mods bis zur, mindestens bis zur Victory Condition spielen. Das heißt, man wählt sich ein Land aus und das muss dann bestimmte Dinge machen. Zum Beispiel nehme folgende Siedlung ein und lösche Volk X aus. Entweder mache ich das einfach nur oder ich werde mich bemühen, die ganze Welt mit dem jeweiligen Volk dann einzunehmen. Geplant habe ich, mit, äh, bei Europa-Barbaro mit einem germanischen Volk zu spielen. Einfach, äh, weil's meiner Meinung nach passend ist, als Deutscher seine eigenen Vorfahren zu spielen. Einfach davon abgesehen. Ja. Ich halte einfach nur für fast und so. Das war's zu meinen Playen für die Zukunft, für diesen Kanal. Dann rede ich jetzt ein bisschen über Ant-Man, äh. Äh, rausgekommen ist es 1997 in Korea. Ich habe es damals in derselben Spiele-Sammlung gehabt, die ich mir jetzt bei Amazon neu bestellt habe, von Media. Äh, wie ich bereits am Anfang gesagt habe, es ist ein sehr kurzes Spiel. Aber, ähm, der Content, der in diesem Spiel delivered ist einfach nur großartig. Das war jetzt der erste Boss-Gegner, das war kein Problem. So, wir gehen durch die Gondola. Einfach nur, weil ich das Lied hier so geil finde. Und weil ich die Gondola schon öfter gespielt habe, als das Lager. Der Weg, äh, soll auch schwerer sein. Ich finde das jetzt nicht wirklich. Man muss halt nur... ...richtig, das Lager richtig spielen. So, hier haben wir ein Herz, das möchte ich noch nicht einsammeln. Jetzt müssen wir hier auf dem Aufzug warten. Äh, der Grund ist, wie ich bereits gesagt habe, man muss das Level nur richtig spielen. Es ist gar nicht so schwer. Es wird nur nachher nervig, weil ich ständig runterfallen werde. Beziehungsweise runterspringen werde. Um an die Herzen zu kommen. Das lasse ich jetzt zum Beispiel auch noch übrig. Weil ich möchte das erst einsammeln, wenn ich es wirklich möglich habe. Ich habe noch drei Hitpoints. Man hat fünf maximal und für zwei Hitpoints ein ganzes Herzverschwenden ist... ...schlechtes Ressourcenmanagement. ...genauso wie ich die Waffe hier üben lasse. Weil es kommt schon vor sich ab, dass ich, äh, aus Versehen, äh, Waffe einsammle. Die nicht so gut ist. So wie die hier. Jetzt warten, dass das Geschütz schießt, so. Und jetzt, dieses Herz nehme ich, weil jetzt kommt ein Miniboss-Ninja. ...der ein sehr leicht, äh, zuvorsehendes Angriffsmuster hat. Was ihn zu einem schle- ...schlechten Miniboss-Ninja. Ich mache ihn gerade schlecht und schon paunt er mich. ...schlechtes Ressourcen-Ninja. Ja. ...schlechtes Ressourcen-Ninja. Das war jetzt gleich peinlich. Das ist so, als würde ich sagen, äh, Marshmallow ist eine schlechte Karte. Dann empfehle ich durch den Golden Damage von Marshmallow. So. Dann haben wir jetzt einen Flammenwerfer. Der ist in dem Fall optimal. Äh, ganz oben kommt auch nochmal diese Waffe, die ich dort hatte. Das ist jetzt nicht so schlimm, dass ich jetzt eine andere Waffe genommen habe. Jetzt muss ich halt nur ein bisschen Heads zielen. Tatsächlich Heads verschwenden, aber das ist egal. Ich habe das Level eh gleich durch. So kommt noch eine Welle an Broshis. Komisch, dass die Brosh-Geräusche machen. Die sehen gleich aus wie Broshis. Die springen nur so. Da sieht der Boss von diesen Leveln. Ja. Der Boss von dem Level ist ein Frosch. So. Dann ist jetzt der Stockwerk. Verdammt, ich muss erstmal ein Heads sammeln gehen. Hier irgendwo hatte ich doch eins übrig gelassen. Dann war es hier. War hier nicht am Anfang noch eins? Ja, jetzt muss ich das ganze Level herunterspüren. Das sollte so nicht passieren. An sich ist es nicht schlimm, wenn man stirbt. Aber es ist halt ärgerlich. Man hat vier Leben für ein Level. Irgendwann gibt es einmalig ein fünftes Leben. Das kommt erst im sechsten Level. Und man hat fünf Credits, das heißt extra Versuche. Und bei den extra Versuchen bekommt man immer wieder vier Leben und muss das Level denn mit den vier Leben schaffen. auch hier ist doch auch ein Herz. Hätte ich jetzt eigentlich einsammeln können, ist jetzt auch egal. Das ist einer der leichtesten Bossgegner von hier. Der Bossgegner von Level 2 ist relativ schwer, aber er hat halt wenig HP. Deshalb habe ich ihn auch in zwei Sekunden besiegt. So, und ich finde es schade, dass der Soundtrack für jedes Level nur einmal abgespielt wird. Das haben sie nicht als Endlosschleife drin. Das heißt, jetzt müssen wir durch das Level ohne jeglichen Hintergrundmusik noch einmal leben und jetzt kommt der Bossgegner. Ein Frosch. Und der spinnt auf uns drauf. Ich hab doch gesagt, das ist der leichtfeste Bossgegner hier. Und der hat mir drei Leben abgezogen, aber es ist... Und da wird man schon bei Skype belästigt. Dann sind wir jetzt in der Landezone. Ein Level, was ich sehr hasse. Komm her. Nicht zuletzt wegen diesen Jackie Chan Typen. Äh, Bruce Lee. Ich hoffe, er ist in die Schlucht gefallen. Ich glaub, es ist er sogar. Jetzt kommt ein Miniboss. Und dabei spawnen so viele sollen Russen sein. Dann wäre das erledigt. Das Problem bei diesen Minibossen sind wirklich nur die ganzen Russen. Das die einen die ganze Zeit abblenden. Und über die Mine hopfen. Und vergessen, dass hier noch was super typisch sind. So, da unten werden wir dann wahrscheinlich erstmal sterben. Ist eigentlich schon garantiert. Wenn ich den schaffe, über die Mine zu springen. Und da ist wieder so ein Jackie Chan Typ. Der gibt mir einen. Eintritt an den Brustkorb. Und ich bin Uo. Und ich hasse diese Stelle. Der ist einer der schwersten von allen. So, dann schmeißt der Bomben ab. Dann muss ich hier hin. Jetzt kommt der. Jetzt schmeißt der die Raketen ab. Und ich habe es geschafft. Also es läuft besser als. Das ist bis jetzt mein bester Run ever. Hochflugattacke. Auch ein sehr schweres Level. Oder relativ schwer. Man fällt hier. Wie man hier schon sieht, dass. Hier braucht man richtig viel Fingerspitzengefühl. Aber auch wieder ein geiles Soundtrack. Und es gibt hier schon die ersten Fake Geiseln. So, übrig lassen, falls ich sterbe. Alles abschießen. Danke für die Leben. Na, oah, das. Das war gerade so knapp. So, und jetzt kommt ein richtig asozialer Tag. Kommt wieder ein Sub-Boss. Der mehr HP hat, als er eigentlich haben sollte. Der ist einfach nur nervig. Wow. Finde ich gut, dass man den Blaserschüssen gut ausweichen kann. Nein. Ja, das war jetzt dumm gelaufen. So, wenn ich jetzt nicht nochmal sterbe, sollte ich das Level noch nicht schaffen. Ich werde nachher beim Bossgegner ein... Scheiße. Ja, jetzt werde ich den Bug auf jeden Fall nutzen. Jetzt kommt nochmal ein Mini-Boss. Jetzt kommt nochmal ein Mini-Boss. Ich werde nachher kommen. Oh, oh. Ich bin in die falsche Richtung ausgeweichen. Das Problem ist... dass ich gerade so langsam schieße hat sich jetzt jetzt habe ich das ganze level wiederholen so dann heißt es jetzt erstmal durchziehen 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 und rüber muss ich erstmal ein paar punkte farm achja du bist ja böse das abschießen wir leben und rüber und weg und ihr scheiter supertypen seid jetzt alle tot jetzt kommt der pfad den ich wieder am meisten liebe unendlich spawnende russen und beim bingiboss der jetzt relativ schnell sterben sollte weil ich jetzt eine bessere waffe habe dank dass du mich warst denn wie mache ich das jetzt hier hat richtig steel nicht und das hatte auch steel und das muss das spiel sieht mich nicht als tot an ähm ja jetzt habe ich das ganze halbe level übersprungen äh ich hätte gerade gesagt ich sterbe und er stirbt nicht jetzt habe ich die ganzen gegner zu den ganzen level beim boss also gut jetzt bin ich jetzt bin ich die ganzen gegner los und ich habe noch zwei leben heißt auch nicht dass ich die verwursten soll ja das sollte so nicht passieren ich habe euch ja schon den grauen typen gezeigt aber es kommt nicht oft vor dass man unter das level glitscht weiter geht und äh dann sofort beim boss landet bis du bist ja das soll einem alten spiel verziehen sein das ist ja nicht so dass die dafür drei millionen budget gehabt haben so jetzt sind wir im raketen hangar ein ziemlich leichtes level meiner meinung nach da ist beim anderen weg verriert das labor das ist einer der härtesten level im spiel so aufpassen man muss die vermeiden irgendwelchen schaden zu nehmen es gibt hier nur ein leben in diesem spiel also ein hp auf frischer ich sag das und will hier ständig leben das mache ich hier eigentlich ich sag man soll hier nicht leben verlieren und ich will hier leben ja man muss man muss sie vorsichtiger spielen so jetzt haben wir auch endlich mal ein bisschen Punkte bekommen jetzt schießen wir auch schneller und jetzt kommt hier so ein wie bei donkikon woa woa rollende fässer als ob denen die ideen ausgegangen sind erstmals von donkikon kopieren bin ich den entwicklern böse nein die entwickler interessiert sie eh nicht so dann nehme ich jetzt auch den flammenwerfer ist mir egal kommt jetzt eh nicht mehr viel wow wow so ich hätte den flammenwerfer nicht nehmen sollen ich schaffe das auch so nein er ist runter wenigstens ist er gestorben und hat es auch noch gesagt ich habe in diesem spiel in dieser runde mehr bugs ausgelöst als sonst jetzt hat sich das spiel fokussiert auf dem hier man sollte nie so weit ja man sollte innerhalb von einem bereich greifen und da waren da richtig harte ninjas was ist das für ein bugfest alter also das ist richtig heavy irgendwie diese runde so dann müssen wir jetzt erstmal unsere die ganzen geschütze gründen weil die stören ihn beim jetzigen boss die geschütze sind hier der wahre boss wenn man sich genau hier hinstellt dann springt er immer über einen über so jetzt kommt der todeszug das ist das vorletzte level der typ kommt in dem spiel am häufigsten vor er kommt im ersten level er kommt im lager der kommt bei hochflugattacke und der kommt jetzt halt hier nochmal das ist doch eine richtige ballerina er soll aber nicht springen das wäre schwer zu treffen wie so ein huso so jetzt ist er tot den hatten wir vorne gesehen und der arsch killt uns wir dürfen das level glaube ich nochmal von vorne machen weil ich weiß auch schon bei welcher stelle ich nochmal sterben werde weil ich das nie hinkriege da nicht zu sterben zu hier nicht erstmal bist du da oben das ist so viel gefährlicher ist der panther so und du bist ein fake so und jetzt passt auf bei dem boss sterbe ich immer wieder so zweiter versuch wir machen den jetzt erstmal so 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 ich äußere mich mal jetzt dazu dass ich hier innen beschossen habe ohne dass er sich gewehrt hat es ist nicht meine aufgabe bugs nicht zu nutzen wenn es mir als spiel vereinfacht genutze ich sie es liegt mir in der aufgabe des entwicklers das spiel zu testen und solche bugs auszunähen das verlange ich von einem spiel das 1997 entwickelt wurde meine fressen und ich ne bitch meine fressen und ich ne bitch boah war das knapp so und jetzt stirbst du mal bitte danke nehm ich dich mit das ist jetzt sinnvoll das ist jetzt sinnvoll so und du bist fake und da werde ich zermatscht deswegen sterbe ich hier immer der hat halt so ein instakill mit der hat halt so ein instakill mit mit von flamen wird er so ziemlich schlechteste waffe für den gefronsch und joh jetzt kommt der kran nicht um nahe hin unnötig gestorben Du hast Leben. Ich hatte das verwechselt. Level Final, letztes Level. Es ist besser, wenn man hier stehen bleibt. Sonst macht man sich unnötig schwer. Und dann müssen wir... Jetzt bin ich runtergefallen. Ich habe gerade schon wieder einen Bug ausgelöst. Nur dieses Mal können wir dieses Level so nicht beenden. Wir müssen das Ding da oben zerstören, was uns... Naja... Ähm... Ich würde einmal sagen, das war es dann jetzt auch mit Ant-Man 2. Das ist sowieso das letzte Level. Das Ende von dem Spiel ist sowieso total retarded. Da werden nochmal die Credits aufgerollt. Und so besonders wäre Gegner jetzt auch nicht gewesen. Man wäre nur von den ganzen Fäusten, die man vorhin noch ein bisschen gesehen hat, gebashed worden. Und... Ja, da falle ich schon wieder runter. Ich muss aber nach ganz da oben. Naja, in dem Sinne beende ich jetzt auch die Aufnahme und dieses Let's Play. In Zukunft wird noch weiterer Content kommen. Ich bereite mich darauf vor. Ab nächster Woche könnt ihr damit rechnen, denn... Tschüss, bis denn! ... ... ... ...